Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man die Steigung einer Geraden berechnen kann. Und wir werden das zusammen an all diesen bunten Geraden durchgehen. Die Steigung einer Geraden wird ja mit einem kleinen m abgekürzt und zum Beispiel könnte da jetzt rauskommen, dass die Steigung von unserer Geraden 3 ist. Nur als Beispiel. Was würde das für uns jetzt bedeuten? Die Steigung gibt ja an, wie stark so eine Gerade ansteigt und wenn die positiv ist, dann wissen wir, dass sie wächst, also dass es so eine Gerade ist. Wenn ihr euch hier so draufstellt sozusagen und wandern geht, von links nach rechts betrachtet, würdet ihr bergauf gehen. Das ist eine steigende Gerade. Ihr könnt aber auch eine negative Steigung bekommen, würde dann einfach bedeuten, dass die Gerade fällt. Also auch von links nach rechts betrachtet, wenn ihr hier lang lauft, von links nach rechts, dann würdet ihr bergab laufen. Das wäre dann eine fallende Gerade. Wir erwarten also bei der grünen eine steigende, genauso bei der roten erwarten wir eine positive Steigung und bei der orangenen und bei der blauen, das sind fallende Geraden, da erwarten wir eine negative Steigung. Also da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen immer drauf einstellen, dass das vom Vorzeichen alles so passt, was ihr so berechnet. Dann lasst uns mal mit der ersten Geraden starten. Wir suchen, wenn wir die Steigung suchen, suchen wir immer zwei Punkte erstmal, die auf der Geraden liegen, die ihr gut ablesen könnt. Einfach zwei Stück. Das könnte hier unten der und der sein oder vielleicht der da und der da, wie ihr wollt. Wir nehmen jetzt mal die beiden. Ihr müsst sie einfach nur gut lesen können. Und jetzt starten wir beim linken von diesen beiden Punkten und gehen nach rechts. Und zwar so weit nach rechts. Also man geht immer nach rechts am besten. Wir gehen so weit nach rechts, bis wir auf diesen zweiten Punkt stoßen. Also hier jetzt nicht noch weiterlaufen, weil dann werden wir über den hier drüber gelaufen sozusagen, sondern nur so weit nach rechts, bis ihr hier ankommt an dem Eck. Dann könnt ihr euch schon mal merken, wie weit ihr nach rechts gelaufen seid. Das war eins. Und von dem Eckpunkt lauft ihr jetzt zu dem Punkt, den ihr euch markiert habt und merkt euch, wie lang ihr lauft. Eins, zwei. Und zwar seid ihr zwei nach oben gelaufen. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr sagt, ich bin ins Positive gelaufen. Also plus zwei nach oben ist immer positiv, nach unten wäre negativ. Und das, was wir hier jetzt gezeichnet habt, das ist das sogenannte Steigungstreieck. Und das hilft uns nämlich jetzt, die Steigung zu berechnen. Die Steigung wird ein Bruch und besteht aus dem, was wir hier hochgelaufen sind. Das kommt hier auch nach oben. Also diese zwei kommt hier hin. Und unten schreiben wir das hin, was wir nach rechts gelaufen sind. Das ist die 1. Und das rechnen wir dann nur noch aus. 2 durch 1 sind 2. Und das ist unsere Steigung. Ihr habt in eurem Buch vielleicht folgende Gleichungen. Stehen für die Steigung auch so ein Bruch? Oben steht Delta y und unten steht Delta x. Das ist jetzt genau das, was wir hier gemacht haben. Dieses Delta y steht für den Abstand auf der y-Achse. Also wie weit ist das da von dem da entfernt? Das waren die 2. Das haben wir hier eingesetzt für das Delta y. Und das Delta x steht für den Abstand auf der x-Achse. Das ist bei uns die 1. Also das ist die Formel. Aber letztendlich schaut ihr einfach von oben nach unten. Das kommt oben hin. Von rechts nach links. Das kommt unten hin. Und rechnet das Ding aus. Wir haben ja noch ein paar Beispiele und da gehen wir es genauso durch. Wir markieren uns zwei Punkte, die wir gut ablesen können. Zum Beispiel den da und den da. Dann gehen wir zum linken und laufen nach rechts. So weit, bis wir auf den anderen Punkt stoßen. Wir merken uns, wie lange wir gelaufen sind. Zwei. Eins, zwei. Und dann schauen wir, wie kommen wir vom Eckpunkt hier jetzt zu unserem Punkt. Naja, das ist eins nach oben. Also plus eins. Die Steigung wäre dann, ich schreibe die Formel trotzdem nochmal hin, dass ihr euch dran gewöhnt. Delta y durch Delta x. Wofür steht das Delta y? Das ist der Abstand von oben nach unten auf der y-Achse. Das ist 1 gewesen. Wofür steht das Delta x? Das ist das von rechts nach links. Also auf der x-Achse sozusagen. Das war bei uns 2. Und schon haben wir unsere Steigung berechnet. Also habt keine Angst vor dieser Formel, solange ihr wisst, was ihr dafür machen müsst. Auch hier, wir markieren uns zwei Punkte, die wir gut lesen können. Die beiden würden gehen. Gehen zum linken. Und wandern nach rechts. So weit, bis wir auf den anderen Punkt stoßen. Wir sind hier jetzt 1 nach rechts gelaufen. Und jetzt müssen wir von dem Eckpunkt zu unserem markierten Punkt. Und diesmal geht es 1, 2, 3 nach unten. Das heißt, wir müssen hier Minus 3 eintragen. Das ist ganz wichtig vom Vorzeichen. Aber trotzdem kommt es in die Formel rein. Ich schreibe sie nochmal hin. Delta y durch Delta x. Wir setzen ein. Delta y ist das von oben nach unten auf der y-Achse. Das ist bei uns jetzt hier Minus 3. Und das Delta x ist das von rechts nach links. Das ist bei uns 1. Und wenn wir das ausrechnen, Minus 3 durch 1. ist es Minus 3. Und wir haben ja auch eine negative Steigung erwartet, weil diese Gerade eben fällt. Also passt das so weit. Und im letzten Beispiel. Genau so gehen wir vor. Egal wie schlimm eure Gerade aussieht. Ihr markiert euch zwei Punkte, die ihr gut ablesen könnt. Ihr geht zum linken und wandert einfach nach rechts. Soweit, bis ihr an den anderen anderen Punkt kommt. Das waren jetzt bei uns 1, 2, 3. Und dann wollt ihr von dem Eckpunkt zu eurer markierten Stelle. Das wären hier 1, 2 runter. Also Minus 2. Dann tippen wir das in die Formel ein. Zuerst das von oben nach unten. Das war Minus 2. Und dann das von rechts nach links. Das ist 3. Und wenn wir das einfach jetzt nur ein bisschen umschreiben, sind das Minus 2 Drittel. Und das ist eure Steigung. Auch negativ, weil es eine fallende Gerade ist. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Falls es geklappt hat, gebt mir gerne ein Like oder kommentiert was Liebes. Und wir sehen uns bei einem nächsten Video. Macht's gut!